Wie üblich ich Regierung und Minister Die Margit, der Wolfgang, der Günther, der Martin Die Armutschkerl-Konferenz Der Martin ist ein Kämpfer, von dem man im Prinzip nichts mehr hört Er hat den Kampf hinter sich Der Günther hat sich den Wolfgang gekrallt Und die zwei sahen jetzt die großen Zampanus auf der Armutschkerl-Konferenz Früher war der Martin auf der Armutschkerl-Konferenz, aber der nimmt ihn nicht mehr ernst Ich bin von denen nie wahrgenommen worden Ich war einmal bei denen, aber ich fühlte mich entsetzlich unwohl Also, Günther und Wolfgang gemeinsam treten auf auf der nächsten Armutschkerl-Konferenz Da haben wir die Margit Die tun aber auch nichts mehr Die Margit verhält sich mir gegenüber in der Form einer passiven Aggression Dahinter haben wir den Minister Der Minister und auch seine sämtlichen Regierungsmitglieder mussten jetzt zugeben Es wird keine Arbeitslosenreform geben Im Grunde kann man sagen, großes Aufatmen Weil was will man von einem liberalen Minister noch erwarten Jetzt bin ich da Ich war dabei, den Martin eigentlich mehr oder weniger abzulösen Weil es gab keine Bewegung Weil es war noch die Margit Als grundsätzliche Bewegung zwar da Die machen monatlich einen Brief Und das war es aber auch schon Dann ist als New Buy dazugekommen Im Jahr 2021 Da Günther Und der hat sich den Wolfgang gekrallt Der halt zufällig gerade zur Verfügung war Und die zwei Männer bageln halt Also die Margit und ich sind da als Weiber ohnehin komplett angeschossen Jetzt, die haben keine Internetpräsenz Nichts Die hat wenigstens eine Internetpräsenz Aber es tut sich nichts mehr Wir haben keine Leute, die wir beraten könnten Ich habe im Prinzip immer alles allein gemacht Aber die Sache hat einen Titel Die Sache hat eine Vertretung in sozialen Netzwerken Und der rät seit Jahren Er will einen eigenen Server machen Der Günther Ja, ein Bli, Bli und Bla, Bla Und dann ist er Der Sonderhabschiff von irgendeinem Sozi Auch hier muss ich natürlich die Diskretion bewahren Weil es sein kann, dass der Beitrag irgendwie rausgeht Oder was weiß ich Gut, also Status ist Günther und Wolfgang treten auf auf der Armutschkalkonferenz Martin pfeift bereits auf die Armutschkalkonferenz Ich fühle mich einfach nicht wohl Auf einer Konferenz ganz allgemein Dann sollen die auftreten Sollen sie ihre Bühne haben Ich habe meine Bühne, aber ich tue nur schreiben oder mailen Das war's auch schon Mit der heutigen Familienaufstellung 那 Grund Ja, das war's schon Ich mach mir auch schon Was? 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 Das war's schon